Himmelsglobus Kurz nach der Einweihung der barocken Kunst- und Wunderkammer platzierte man in der Raummitte den großen Himmelsglobus. Ein Hinweis auf die besondere Bedeutung des Globus in dieser Zeit. Der Globus wurde von weiteren astronomischen Objekten umgeben, wie Modellen der Planetensysteme von Tycho Brahe und Nikolaus Kopernikus. Der Globus ist in einem Gestell mit fünf Säulchen beweglich gelagert. Die Kugel besteht aus einem Buchenholzgestell, das mit Papier beklebt und einer Gipsschicht überzogen ist. Darauf wurden die Sternbilder farbig aufgemalt. Innerhalb dieser bildlichen Darstellungen wird die Position der zugehörigen Sterne durch unterschiedlich große Spiegelstücke markiert. Um den Sternenhimmel richtig zu sehen, muss man sich in die Kugel gedanklich hineinversetzen. Der aus Messing gearbeitete Horizontring gibt den Jahres- und den Heiligenkalender an. Es lassen sich auch die Windrichtungen ablesen. An der vertikalen Polachse ist der Stundenkreis mit Zeiger angebracht. Der Globus wurde 1690 von Magister George Engelmann geschaffen. Engelmann war Pfarrer in Möffersdorf, einem Ort, der heute in Polen liegt. Aus Engelmanns Nachlass gelangte der Globus in den Besitz der Stadt Zittau und wurde hier in der Ratsbibliothek aufgestellt. Im späten 19. und im frühen 20. Jahrhundert löste man das System der barocken Kunstkammer zugunsten einer systematisch-wissenschaftlichen Ordnung auf. Da war der Himmelsglobus eines der wenigen Objekte, die im Barocksaal verbleiben durften. Seit 2009 steht er wieder in der Mitte des Raumes. Untertitelung des Raumes